bei einer deutschen Firma oder einem Betrieb bewerben möchte, muss man einen Lebenslauf schreiben. Welche Informationen gehören denn in einen Lebenslauf? Man zählt auf, was man gemacht hat, in der Schule und im Beruf. Richtig, man schreibt über die Schulausbildung und die beruflichen Stationen. Das ist ein ganz wichtiger Teil im Lebenslauf. Muss ich in den Lebenslauf auch schreiben, was meine Eltern beruflich machen? Nein, das gehört nicht in deinen Lebenslauf. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die wichtig sind. Vielleicht besondere Kenntnisse, so wie Sprachkenntnisse und Computerkenntnisse? Ja, genau. Und natürlich dürfen persönliche Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse nicht fehlen. Viele Leute haben auch ein Bewerbungsfoto im Lebenslauf. Alles richtig. Und was macht man, wenn der Lebenslauf fertig ist? Man muss einen Lebenslauf immer unterschreiben. Sehr gut. Wenn man sich bei einer deutschen Firma oder einem Betrieb bewerben möchte, muss man einen Lebenslauf schreiben. Welche Informationen gehören denn in einen Lebenslauf? Man zählt auf, was man gemacht hat, in der Schule und im Beruf. Richtig. Man schreibt über die Schulausbildung und die beruflichen Stationen. Das ist ein ganz wichtiger Teil im Lebenslauf. Muss ich in den Lebenslauf auch schreiben, was meine Eltern beruflich machen? Nein, das gehört nicht in deinen Lebenslauf. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die wichtig sind. Vielleicht besondere Kenntnisse, so wie Sprachkenntnisse und Computerkenntnisse? Ja, genau. Und natürlich dürfen persönliche Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse nicht fehlen. Viele Leute haben auch ein Bewerbungsfoto im Lebenslauf. Alles richtig. Und was macht man, wenn der Lebenslauf fertig ist? Man muss einen Lebenslauf immer unterschreiben. Sehr gut. Berufserfahrung. Heute. Bäckerei. Ausbildung. Praktikum. Habt ihr noch weitere Fragen zum Thema Lebenslauf? Nicht zum Lebenslauf, aber ich möchte gerne wissen, was noch alles in die Bewerbungsunterlagen gehört. Gute Frage. Der Lebenslauf ist ja nur ein Teil der Bewerbungsunterlagen. Besonders wichtig ist auch das Anschreiben. Und was ist das Anschreiben? Das ist ein Brief an den Arbeitgeber. In diesem Brief schreibst du, warum du für die Firma arbeiten möchtest und warum du der perfekte Bewerber für die Stelle bist. Ah, ich verstehe. So einen Brief muss man in Spanien auch schreiben, wenn man sich bewirbt. Ja, das ist in vielen Ländern so. Und was gehört noch in die Bewerbung? Deine Zeugnisse. Ausbildungszeugnisse und Arbeitszeugnisse. Man verschickt aber immer nur Kopien, nie die Originale. Was genau sind denn Ausbildungszeugnisse? Das sind Zeugnisse von der Schule oder Universität oder Zeugnisse über deine Berufsausbildung. Ach so. Puh, das ist ganz schön viel. Wenn ich später eine Bewerbung schreiben muss, habe ich bestimmt alles wieder vergessen. Mach dir keine Sorgen. Wir sprechen später im Unterricht nochmal über das Thema. Na dann ist es ja gut. Der Lebenslauf ist ja nur ein Teil der Bewerbungsunterlagen. Besonders wichtig ist auch das Anschreiben. Das ist ein Brief an den Arbeitgeber. In diesem Brief schreibst du, warum du für die Firma arbeiten möchtest und warum du der perfekte Bewerber für die Stelle bist. Was gehört noch in die Bewerbung? Deine Zeugnisse. Ausbildungszeugnisse und Arbeitszeugnisse. Man verschickt aber immer nur Kopien, nie die Originale. Was genau sind denn Ausbildungszeugnisse? Das sind Zeugnisse von der Schule oder Universität oder Zeugnisse über deine Berufsausbildung. Herzlich willkommen bei Nasrins Welt. Ich bin ja auf Reisen und habe frei. Aber viele andere Leute um mich herum arbeiten. Zum Beispiel in verschiedenen Berufen bei der Bahn. Das ist bestimmt ein schöner Beruf, weil man so viele Menschen trifft und viel unterwegs ist. Aber auch anstrengend, weil man von morgens bis abends auf den Beinen ist. Puh, diese Arbeit an den Gleisen ist wichtig, aber bestimmt auch schwer. Denn mit einer so großen Maschine kann nicht jeder arbeiten. Und dieser Job ist bestimmt beliebt, weil sich alle am Ende über den Kaffee und die Schokolade freuen. Und dann gibt es die vielen Menschen, die im Zug arbeiten. Zum Beispiel programmieren oder etwas für ihren Job lesen oder schreiben. Arbeiten sie im Zug, weil sie im Büro keine Ruhe haben? Bis zum nächsten Halt lerne ich noch ein bisschen Deutsch mit der App vom VHS-Lernportal. Denn dafür kann ich die Fahrzeit sehr gut nutzen. Wow, die Hälfte des A2-Kurses ist schon geschafft. Macht's gut, eure Nasrin. Ich bin ja auf Reisen und habe frei. Aber viele andere Leute um mich herum arbeiten. Zum Beispiel in verschiedenen Berufen bei der Bahn. Das ist bestimmt ein schöner Beruf, weil man so viele Menschen trifft und viel unterwegs ist. Aber auch anstrengend, weil man von morgens bis abends auf den Beinen ist. Puh, diese Arbeit an den Gleisen ist wichtig, aber bestimmt auch schwer. Denn mit einer so großen Maschine kann nicht jeder arbeiten. Und dieser Job ist bestimmt beliebt, weil sich alle am Ende über den Kaffee und die Schokolade freuen. Und dann gibt es die vielen Menschen, die im Zug arbeiten. Zum Beispiel programmieren oder etwas für ihren Job lesen oder schreiben. Arbeiten sie im Zug, weil sie im Büro keine Ruhe haben? Bis zum nächsten Halt lerne ich noch ein bisschen Deutsch mit der App vom VHS-Lernportal. Denn dafür kann ich die Fahrzeit sehr gut nutzen. Wow, die Hälfte des A2-Kurses ist schon geschafft. Und dann gibt es die vielen Menschen, die im Zug arbeiten. Zum Beispiel programmieren oder etwas für ihren Job lesen oder schreiben. Arbeiten sie im Zug, weil sie im Büro keine Ruhe haben? Endlich haben wir mal wieder Zeit für einen Einkaufsbummel. Ja, schön. Oh, guck mal, wie findest du den Rock? Den finde ich hübsch. Der steht dir sicher. Wunderschön. Und dazu passt doch die gepunktete Bluse da, oder? Ich weiß nicht, die sieht irgendwie altmodisch aus. Das gestreifte T-Shirt finde ich schicker. Wirklich? Die Farben mag ich auch, aber das Muster finde ich schrecklich. Entschuldigung, gibt es dieses T-Shirt auch nur in einer Farbe? Ein einfarbiges Modell von diesem Shirt haben wir leider nicht, aber es gibt ein kariertes. Wollen Sie das mal anprobieren? Ja. Endlich haben wir mal wieder Zeit für einen Einkaufsbummel. Ja, schön. Oh, guck mal, wie findest du den Rock? Den finde ich hübsch. Der steht dir sicher. Wunderschön. Und dazu passt doch die gepunktete Bluse da, oder? Ich weiß nicht, die sieht irgendwie altmodisch aus. Das gestreifte T-Shirt finde ich schicker. Wirklich? Die Farben mag ich auch, aber das Muster finde ich schrecklich. Entschuldigung, gibt es dieses T-Shirt auch nur in einer Farbe? Ein einfarbiges Modell von diesem Shirt haben wir leider nicht, aber es gibt ein kariertes. Wollen Sie das mal anprobieren? Ja, gerne. Ich möchte jetzt in die Sportabteilung und einen neuen Jogginganzug kaufen. Der alte Jogginganzug ist doch kaputt. Okay, geh schon mal vor. Ich komme gleich nach. Gut. Und danach gehen wir was essen, ja? Ich bekomme langsam Hunger. Endlich haben wir mal wieder Zeit für einen Einkaufsbummel. Ja, schön. Oh, guck mal, wie findest du den Rock? Den finde ich hübsch. Der steht dir sicher. Wunderschön. Und dazu passt doch die gepunktete Bluse da, oder? Ich weiß nicht, die sieht irgendwie altmodisch aus. Das gestreifte T-Shirt finde ich schicker. Wirklich? Die Farben mag ich auch, aber das Muster finde ich schrecklich. Entschuldigung, gibt es dieses T-Shirt auch nur in einer Farbe? Ein einfarbiges Modell von diesem Shirt haben wir leider nicht, aber es gibt ein kariertes. Wollen Sie das mal anprobieren? Ja, gerne. Ich möchte jetzt in die Sportabteilung und einen neuen Jogginganzug kaufen. Der alte Jogginganzug ist doch kaputt. Okay, geh schon mal vor. Ich komme gleich nach. Gut. Und danach gehen wir was essen, ja? Ich bekomme langsam Hunger. Die Schuhe. Der Anzug. Der Pullover. Die Handschuhe. Der Gürtel. Das Kleid. Der Schal. Die Hose. Der Mantel. Die gepunktete Bluse finde ich irgendwie altmodisch. Das gestreifte T-Shirt finde ich schicker. Den alten Jogginganzug kann ich nicht mehr anziehen. Du solltest die schwarzen Stiefel kaufen. Hey Ina, ich wollte nur kurz hören, wie es gestern noch in dem Second-Hand-Laden war. Ich musste ja leider schon so früh gehen. Hast du den gepunkteten Pulli noch gekauft? Hallo Martha. Schön, dass du anrufst. Der Laden war ja so toll, oder? Ja, ich habe den Pulli sogar schon gewaschen. Ich glaube, das wird mein neuer Lieblingspulli. Kann ich verstehen. Der ist wirklich super. Hast du auch das rote Sommerkleid mitgenommen? Nein, die Farbe war mir dann doch zu dunkel. Schade. Ich finde die Farbe toll. Hast du denn den karierten Minirock gekauft? Ja, der war ein echtes Schnäppchen. Stimmt. Und die braune Hose? Ist die jetzt auch in deinem Schrank? Nein, die war mir doch zu teuer. 60 Euro für eine gebrauchte Hose. Ja, das ist wirklich nicht günstig. Aber dafür habe ich noch zwei T-Shirts gefunden. Die muss ich dir unbedingt zeigen. Das gelbe gefällt mir besonders gut. Ja, auf jeden Fall. Hast du nicht auch noch die grüne Mütze anprobiert? Richtig. Die habe ich dann aber nicht mehr gekauft. Das wäre sonst wirklich zu viel gewesen. Okay. Wir brauchen einen neuen Wasserkocher. Ich glaube, den bekommen wir im dritten Stock bei den Elektroartikeln. Und wir brauchen einen neuen Fußball, Mama. Der alte ist schon ganz kaputt. Ja? Wie kann denn ein Fußball kaputt gehen? Ein roter Wasserkocher. Wie schick. Wie findest du den, Arian? Oh, aber der kostet fast 60 Euro. Arian? Arian! Wo bist du? Bitte helfen Sie mir. Mein Sohn ist weg. Beruhigen Sie sich. Wir können ihn ausrufen. Wie heißt er denn? Beschreiben Sie ihn mal kurz. Achtung, eine Durchsage. Gesucht wird der kleine Arian. Er hat dunkle Haare, braune Augen und trägt einen blauen Mantel. Er soll bitte zur Information im dritten Obergeschoss kommen. Arian, da bist du ja wieder. Wo warst du denn? Bei den Spielsachen. Ich habe so einen schönen Fußball gesehen. Ich habe so einen positiven Rückkehr gesehen. Ich habe so einen schönen Blick auf den linken inveigmartischen